Musik Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Aeon Spezial. Ja, heute im Korridor des Verrates. Ja, es ist eine relativ deckungsgleiche Instanz, wie wir das schon einmal entweder im unteren oder im oberen Level schon mal gehabt haben. Wir werden uns jetzt hier einfach mal durchrennen. Es ist eine 55er Instanz und es ist eine komplett auf Gruppen ausgelegte Instanz. Hier werden wir, das wäre manchmal noch, oh, der hat auch schon wieder Spiegel, der hat schon wieder Spiegelschild hier. Ihr seht schon, wie wir sind hier, liegt schon fast rum. Wir haben nämlich vorher schon ein bisschen was gekillt und das steht hier nämlich relativ viel rum. Und es ist, die kloppen nämlich relativ gut Schaden. Ihr seht das schon hier bei Maria, die kassiert relativ gut. Und, ähm, ich bin verrückt wegen Spiegelschild, konnte es nicht mehr abbrechen und, naja. Okay, also auf jeden Fall, diese Instanz ist, ähm, zu zweit nicht wirklich schaffbar. Vielleicht noch als Jäger oder Asser, in dem Fall, wenn man, ja, im Heid gehen kann. Gibt aber relativ gut XP und auch zusätzlich relativ gute Erfahrungswerte, oder? Ja, 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 das ist alles gut. Das ist alles gut und hier haben wir auch schon das Zeitfenster, ähm, also, ja, wie gesagt, ist halt, schaut einfach in die Beschreibung, in die Playlist rein. Da ist, ähm, eine ähnliche Appis-Instanz auf jeden Fall schon, ja, hab ich schon mal aufgenommen. Okay, und hier versuchen wir einfach mal durchzurennen gleich. Das wird hier nix. Weil wir es auch zeitlich einfach nicht schaffen würden halt. Gucken wir einfach mal. Ich hab hier schon mal was markiert, hier rechts oben. Dieser, zu diesem Ort wollen wir. In dieser Instanz selbst geht man eigentlich nicht wirklich wegen den Abyss-Punkten, also, keine Ahnung, was sind hier? Hier oben sind halt auch wieder Kisten. Und da gibt es vielleicht, keine Ahnung, vielleicht 5000 in so einer Kiste, mit Glück. Und, ähm, in erster Linie, und, ähm, meistens war hier eigentlich so ein verzauberter Mana-Stein drin oder sowas in die Richtung. Also halt so ein blauer Mana-Stein, der dann relativ, ja, da ja eigentlich so das Nonplusultra in dem Spiel aktuell halt ist. Und, ähm, okay, gut. Gut, ich schreibe mal ein Plus in die Gruppe, dass die Meria sieht, dass sie losrennen kann. Und wir sterben uns einfach mal dort durch. Und wenn's halt nicht klappt, na gut, dann wisst ihr wenigstens, wie ungefähr diese Instanz aufgebaut ist. Gut, Zeitfenster von 15 Minuten, hier stehen so viele Monster rum, das kriegt man einfach zeitlich auch einfach gar nicht hin. Ja, hier müssen wir dann wahrscheinlich sterben, aber gut, wir versuchen das einfach mal so. Gut, die Meria nimmt gerade alles relativ gut mit. Ja, hier sind natürlich dann die, diese Tore. Ja, gut, also hier droppen wir auf jeden Fall noch was, das ist gar nicht allzu schlecht. Und hier werden wir uns wahrscheinlich gleich, hier werden wir wahrscheinlich gleich sterben. Können wir mal durch die Barrikade kommen noch mal herkauen. Guck mal. Ja, die Meria, die stirbt gleich. Guck mal, ob das, der Rest noch auf mich übergeht. Ne, der Rest, mich nicht mal. Ha, das ist cool. Okay. Okay, das scheint da auf jeden Fall schon mal geklappt zu haben. Weiß jetzt nicht, ob ich die Meria jetzt aufheben soll. Ah, ne, oh, hier haben wir einen unsichtbaren. Einen unsichtbaren, oh nein. Los, steh auf, Meria. Okay, gut, ne, oh, das war ja easy. Easy. Oh je, mein Inventar ist natürlich immer noch voll. Ach, stimmt, genau, das ist noch von Dark Poeta, voll. Stimmt, hab ich eigentlich auch gesagt, dass ich da mal auslernen will. Naja, egal. Die Schneeflocke habe ich auch noch vom letzten Video. Oh je. Okay, gut. So, wir schauen mal, dass wir auf jeden Fall hier diesen Raum auf jeden Fall mal noch geklaiert bekommen. Und vielleicht noch den anderen Raum hier rechts daneben, das wäre eigentlich auch keine schlechte Sache. Und ich weiß jetzt nicht, ja, die Schlüsse habe ich ja eigentlich bekommen, ne. Ja, das heißt, ich müsste das hier öffnen können. Genau, und da haben wir, oh, wir haben sogar zwei Schatzkästen hier drin. Oder ist das nur eine Quest hier? Das eine. Dauert auf jeden Fall aber ewige Ewigkeiten hier. Okay, da war scheinbar nichts drin. Okay, aber das müsste ich eigentlich mit dem Schlüssel machen, den ich gerade bekommen habe. Oder? Keine Ahnung. Hier ist auch nichts drin. Warum ist hier, warum droppt hier nichts? Kommt, das ist 10 Level? Ja, hier droppt nichts. Und das ist ja gemein. Ey, das ist doch auch ausgelegt eigentlich dafür. Ich kam doch, glaube ich, auch mit nem... Mit dem 65... Nach dem 65er Patch kamen die sogar. Hm, okay. Auf jeden Fall droppt hier irgendwie gerade scheinbar nicht. Zumindest gut. Vielleicht habe ich auch nur Pech gehabt. Verstehe ich aber jetzt nicht, warum ihr nicht so droppt. Okay, gut, werden wir ja jetzt gleich beim nächsten sehen. Wir waren jetzt übrigens Non-Elite gewesen. Deswegen konnten wir die auch relativ easy killen. Der wird schon wieder ein bisschen schwieriger hier werden. Aber man schafft es halt auch gar nicht. Wie gesagt, wir hatten das auch mal als Gruppe probiert. Wir hatten, glaube ich, halt diesen markierten Gang. Dann noch den hier, den wir jetzt hier gerade machen. Und dann noch eine weitere Brücke hatten wir gemacht. Also die Instanz war halt definitiv viel zu, viel zu stark angesetzt. So dass man sich, so dass man halt einfach gar nicht alles geschafft hat. Okay, jetzt ist hier auf jeden Fall enorm viel. Oh. Wie kommt man jetzt am besten hier lang? Warten, warten, warten. Ja, okay, gut, jetzt müssen wir hier drauf. So. Ich versuche jetzt hier nochmal zu der Barrikade zu ziehen. Oh, alter ey. WTF. So. Ich stelle den Schützen weg, weil er noch an dem, ja, im Range der Patrouille entsteht. Oh, der, die gehen da aber ganz schön auf das Brassband hier, muss man sagen. Ja, komm. Jawohl. Sehr schön. So, und darum da halt auch nochmal einen kleinen Querverweis zu, ja, anderen Videos, auch auf meinem Kanal zugeben. Eieiei, hier ist kein, kein Unsichtbarer gerade. Okay, ja, ähm, ihr habt gesehen, wie viele Elbispunkte ergegeben hat, nämlich 13 Stück. Ähm, wenn man jetzt bedenkt, wie viel ich, ähm, auf, wie viel wir da in Chromede bekommen haben, in einer schwächeren Instanz, für diese einen, einen Monster, kann man natürlich nachvollziehen. Wieso man diese Monster da macht, dann findet ihr in der Beschreibung. Ähm, und, schaut da einfach mal rein. So, wir haben noch gute 10 Minuten haben wir hier noch oben auf der Glock. Okay. So. Fertig damit. So. Geht eigentlich relativ easy. Hier durch, oder? Aber hier kommt Agenau. Hier haben wir den ersten Schlüsselwort. Wobei der noch Non-Elite ist. Na, toll. Abgebrochen. Oder was? Aber man muss dazu sagen, also das geht sogar relativ gut, also wenn man halt wirklich die ersten Monster weglässt. Also wir haben ja jetzt wirklich noch relativ viel Zeit eigentlich über. Und, ähm, wir hatten das meistens nicht so mit dem Sterben gemacht, sondern halt die ersten Monster halt noch weggeräuern. Und waren halt auch erst mal fünf Minuten halt vergangen. Und das war jetzt einfach nur just for fun, ob das jetzt hier klappt oder nicht. Und, und es ist einfach klappt. Das ist das falsche Ziel. So, ja, mein Kommentar ist natürlich immer noch voll. Weil ich jetzt gar nicht weiß, ob ich den Schlüssel habe oder nicht. Hm, nee, scheinbar hat es die Meria den Schlüssel. Ich mach aber auch mal auf. Meria wird es dann wahrscheinlich schon in den Gruppenchat mal posten, was da drin ist. Hm. So, jetzt muss ich mal ja nur noch mal reinposten, was da drin war. Na, toll. Nichts. Warum ist da nichts drin? Ja, okay, gut. Ähm, kann natürlich auch daran liegen, ähm, dass wir halt auf 65 sind. Das war ja jetzt im Grunde genommen schon die zweite Kiste. Wobei die Monster hier auf 57 und cool sind. Deswegen verstehe ich nicht, warum wir hier nichts droppen. Ähm, die Trüben sind auch wieder Elite. Naja. Ja, ich denke, wir werden das hier mal auf jeden Fall mal so, so abbrechen halt. Und, ähm, ja, es nutzt ja nichts. Wir können ja, gut, scheinbar wird die Meria das nicht abbrechen. Also können ja nochmal, ja gut, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, haben wir ja noch die 7 Minuten. können nochmal schauen. Wir schauen jetzt nochmal hier, aber wenn hier nichts ist, dann lohnt es sich ja nicht. Dann müsst ihr das selber schauen. Aber, ich für meinen Teil wollte halt bei dem Video eigentlich halt die, ja, folgende Information halt geben, dass diese Instanz halt, halt auf jeden Fall relativ deckungsgleich ist mit schon einer, ähm, schon bestehenden Instanz im Abyss. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, ähm, dass eigentlich da, wo wir jetzt als letztes drin waren, nämlich hier in dem Raum, ähm, dass, ähm, dort halt diese Mannersteine eigentlich, droppen in der ersten Linie. Ups. Aber wir halt jetzt, schon den zweiten halt Raum halt haben, obwohl es, äh, das war gerade knapp. Obwohl wir jetzt halt schon den zweiten Raum haben, wo halt wirklich noch nichts getroppt ist, ne? Und macht, ist schon ein bisschen ärgerlich halt. Also ich bin mir wirklich ziemlich sicher, bei der Instanz, dass wir hier mit 65 schon drin waren, dass hier definitiv was getroppt ist. Kann mir das eigentlich auch gar nicht vorstellen. Wieso jetzt hier nichts droppt, ey? Die sind 57, die Monster. Das droppt hier einfach nichts, oder was? Ich meine, ungefähr, kann man ja so sagen, eigentlich zur 10 Level halt drüber, ne? Gerade bei Bash oder sowas in die Richtung, ne? Ich glaube, die Masse sind jetzt entweder 54 oder 55, ich hab das nicht genau im Kopf bei euren. Ähm, und, ähm, da droppt einfach nichts. Das ist, okay, also weil jetzt auch 65, das ist, das ist klar unverständlich, ne? Aber jetzt hier ist 67, ne? Müssten eigentlich auch diese, hm. so, noch ein Klammerngriff drauf. so, 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 na gut, wenigstens ein bisschen Geld geben, so. Ne, gut, also, wie gesagt, ich hätte euch schon ganz gerne eigentlich gezeigt, ähm, dass da halt wirklich so ein blauer Mann oder steigen zum Beispiel rauskommt oder so in die Richtung. Gut, hab ich mich gehört, vielleicht ist es auch dieser Raum. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass das der Raum mit den Boyanen war. Okay, so, ah, der haut, direkt Spiegelschild drauf und ich hab direkt das Spiegelschild drauf und ich hab direkt das Spiegelschild auf dem Spiel auf dem Spiel angegriffen. das hat noch geklappt. Ah, jetzt hab ich, jetzt hab ich, jetzt hab ich auch mit Spiegelschild angegriffen. Er konnte mir keinen Skill, worüber ich mehr Leben machen kann. Na doch, steiner, hab ich. Hab ganz kurz überlegt wegen, überlegt wegen Lebenskraft, tauschen aber ich hab leider den Margo's Akku Ja jetzt hab ich den auch schon wieder Akku hier ja 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 2,5 Minuten haben wir noch, um die Truhe noch zu lügen. Müssten wir aber schon noch hinbekommen. So, ich werde jetzt erst mal meine Lebenskraft tauschen. Okay, gut. Ja, den Adjutanten haben wir auch noch, ey. Na gut, es könnte auch, stimmt, es könnte aber auch der Raum gewesen sein. Stimmt, wir mussten ja den Adjutanten kloppen. Okay. Dann wäre es trotzdem bitter, dass in den Rest nichts drin ist. Oh, meine Liebe, ey. So. Na, anderthalb Minuten halt noch, ne? Da hätten wir vielleicht zuerst hier nochmal reinschauen sollen. Aber gut, ich wusste jetzt leider auch nicht ganz genau. Ich kann mich nämlich vielleicht nochmal in Waage erinnern, dass hier wirklich der Raum war. Aber wie gesagt, dass halt zwei Kisten vorher halt nichts drummelt, das ist ein ärgerlich. Also hier hätte man gegebenenfalls hochsterben sollen, bis zu der Ball. Ja, wahrscheinlich. Das wäre wahrscheinlich das Beste noch gewesen. Ja, eine Blute hauen auf den Boss kriegen wir auf jeden Fall nicht mehr platt. Und deswegen ist die Instanza halt auch so hart, weil du halt wirklich Ewigkeiten halt dann rumklopst. Nicht, weil die Monster zu stark sind oder sowas in die Richtung, aber man kloppt halt Ewigkeiten dann rum. Ich glaube, wir haben alleine jetzt sieben, acht Minuten oder sowas in die Richtung für den Weg hier hoch gebraucht. Und eigentlich, also wie gesagt, gefühlt wird für diese Instanz halt auch relativ selten halt rumgeschrien. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ähm, die Instanz 4 gemacht wird, äh, intern. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht so die, äh, die, ja, wie soll man sagen, die liebst, äh, liebstgewonnene Instanz halt sein. Okay. So, Zeit ist auf jeden Fall abgelaufen, das heißt, wir werden definitiv diese Kiste nicht mehr looten können. Aber ich denke, ihr habt genügend von der Instanz gesehen, im Allgemeinen. Und, ähm, also ich persönlich bin mir ja jetzt auch nicht mehr ganz so 100% sicher, ob jetzt, ähm, jetzt der Raum vorher das war oder der hier. Ja, ich, ich wage mich zu erinnern, dass es wirklich dieser Raum halt war. Und, ähm, also wo wir jetzt gerade halt sind. Denn, ähm, ich kann mich noch erinnern, dass wir da wirklich auch lange Zeit an dem Boss rumgekloppt haben. Seit ich dann teilweise auch wirklich ziemlich eng war mit manchen Krummen. Wir waren aber auch hier gefühlt nur zwei, dreimal drin, in sowas in die Richtung. Und, ähm, genau, daran hat es eigentlich gescheitert. Oder daran ist es halt meistens gescheitert, dass wir halt den Boss halt einfach nicht, ja, in der niedrigen Zeit halt einfach runtergekloppt haben. Hätte jetzt wahrscheinlich funktioniert, wenn wir direkt hier zuerst hingegangen wären, muss ich sagen. Aber wir kloppen ja auch schon jetzt schon wieder, keine Ahnung, seit zwei Minuten alleine auf dem Boss hier herum. Obwohl seit zwei Minuten halt die Zeit halt eigentlich schon abgelaufen ist. Für dieses Dungeon, beziehungsweise die vorgegebene Zeit. Oh, krass. Wollen wir mal so ein Atmos-Pot schlucken hier. So. Aber aufgeben ist nicht. Okay, so. Ah, das dauert natürlich hier. Oh, krass. Schon wieder so eine richtige Atmos-Pot. Teilweise packt er aber auch so ein paar Schadensspitzen aus, ne? Der Junge. Ja, das letzte Viertel kloppen wir jetzt auch noch runter. Oh, okay. Gut, er kloppt mir das letzte Viertel halt auf jeden Fall runter. Jedenfalls richtig hart. Wollen wir gucken, ob es die Mary ja noch schafft. Ja. Wunderbar. So, kann ich direkt wieder loslegen. Jetzt hat sie aber zumindest mal das Akkord. Das ist auch gar nicht allzu schlecht. Ähm. Ja, okay. Der macht scheinbar einen AOE-Damage. Ei, ei, ei. So, jetzt muss man halt die Mary ja noch mal versuchen, mich aufzuheben. Ein Viertel fehlt von diesem Boss halt noch. Wunderbar, mächtige Explosion. Da haut ihr auch wieder irgendwas gerade raus. Ja. Okay, ich schau mal auf den Boss. Müsste aber jetzt klappen. So. So, ich hab direkt mein Leben wieder aufgefüllt. Wunderbar. Alter, der hat hier noch ein Spiegelschilder, der hat ja gerade noch drauf. Okay. So. Ja, ja, er fordert mehr Mana. Bla, bla, bla. Auf Mana ist jetzt mal geschissen. Aber es muss einfach nur fallen. Aber ist sowieso für den, für den Ausgang der Entsatzes sowieso, leider Gottes, ähm, irrelevant. Wieser, das ist halt wirklich ein bisschen traurig halt, wenn du, wenn du es halt zeitlich halt nicht ganz hinbekommst, so wie wir das halt jetzt in dem Fall bei uns halt so der Fall ist, ne. Ähm, bekommt man halt einfach mal gar nichts. Och, fuck. War da schon wieder ein Spiegelschild drauf, was ich nicht gesehen habe. Ach, Mann. Na, ich glaub ich auch. So, jetzt, das letzte Stück klopfen wir jetzt auch noch runter, hier, komm. Oh. Ihr seid zu weit vom Ziel entfernt. So, komm. Oh, jetzt haut er, ah, Spiegelschild, ah, okay. Jetzt haut er Spiegelschild drauf. Okay, jetzt ist er gefallen. Der dürfte eigentlich auch nichts, eigentlich dürfte er ja nichts haben. Ja, sechster Schlüssel, okay. Gut, Maria hat aufgehört zu würfeln. Okay, wir können auf jeden Fall nochmal reinschauen. Explosionen können wir mal raushauen hier. Passe ich mal drauf. Das passe ich auch mal drauf. Ich stelle mir auf jeden Fall mal noch den Schlüssel hier. Oh, ja, den. Okay, wir machen mal auf. Da müsste dann dahinter noch eine Kiste stehen, aber, ähm, ja, wo da keine Kiste mehr stehen. Ja, genau, ist schon despawn, die Kiste. Ja, das war's auf jeden Fall vom Korridor des Fahrrads. Ja, danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Tschaui.